Okay, Leute, wir haben vier Versuche. Nervös schauen wir auf die Schachtel, in der vier einsame Streichhölzer liegen. Wir waren den ganzen Tag auf dem großen See in Schweden Kanu gefahren und wollten auf der kleinen Insel übernachten. Und wir haben an alles gedacht, nur nicht daran, mit was wir das Lagerfeuer anzünden sollten. Um Feuer zu machen, haben wir alles, das uns sinnvoll erschien, auf einen großen Haufen geworfen. Dürre Äste, Birkenrinde und ganz unten ein zerpflückter Tampon. Aber kein Feuerzeug weit und breit. Nur ganz unten in einem Rucksack eine fast leere Packung Streichhölzer. Das erste Streichholz bricht sofort ab. Das zweite löscht der Wind direkt nach dem Anzünden. Noch zwei Streichhölzer übrig. Gemeinsam bilden wir Schulter an Schulter eine Windmauer. Dann zündet einer mit zitternden Fingern das dritte Streichholz an. Es flackert. Aber dann die erste Birkenrinde brennt. Sie entzündet die nächste. Der erste dürre Ast fängt Feuer. Wir haben es geschafft. Das Feuer brennt. Kurze Zeit später verbreitet es schon wohlige Wärme. Und uns ist klar, das dürfen wir nie wieder ausgehen lassen. Damals war ich noch ein Jugendlicher. Aber bis heute war das mit Abstand das spannendste Feueranzünden in meinem Leben. Pfingsten, so sagt man oft flapsig, ist der Geburtstag der Kirche. Ich finde, man kann das ein wenig vergleichen wie mit dem Anzünden eines Feuers. Mit dem Heiligen Geist bekommen die Jünger, die ersten Christen, den Auftrag von Jesus, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und die Jünger sind Feuer und Flamme. Im wahrsten Sinne des Wortes. Begeistert. Sie gehen raus und erzählen über Gott und Jesus und schaffen es, andere Menschen mit ihrer Begeisterung anzustecken. Und das Christentum breitet sich in der folgenden Zeit aus wie ein Flächenbrand. Immer wieder wird versucht, das Feuer zu löschen. Manchmal flackert es nur noch wie eine Kerze. Manchmal raucht und stinkt es fürchterlich, weil es mit dem falschen Material befeuert wird. Aber es geht nicht mehr aus. Das Feuer des Heiligen Geistes, das die Jünger damals bekommen haben, das brennt bis heute. In der Kirche tun wir uns manchmal ein wenig schwer mit Neuanfängen. Für viele ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass alles so ist, wie es schon immer war. Wenn etwas Neues gewagt wird, dann wird oft sofort arrogant gespottet. Das ist nur ein Strohfeuer. Das brennt sehr schnell und sehr hell, aber geht genauso schnell wieder aus. Oft wird dabei vergessen, dass ja wirklich alles in unserem Leben irgendwann einmal neu war. Und die Tatsache, dass wir nicht mehr auf den Bäumen sitzen und uns die Läuse aus dem Pelz zupfen, haben wir sicher nicht denen zu verdanken, die wollen, dass alles immer ganz genauso bleibt, wie es ist. Andersherum wird über diejenigen, denen Traditionen wichtig sind, oft gesagt, die geben nicht mehr das Feuer weiter, die bewahren nur noch die Asche auf. Hier wird vergessen, dass wir ohne eine gewisse Konstanz keine Sicherheit, keine Verlässlichkeit und keine Heimat in unserem Leben hätten, weil sich ja ständig alles ändern kann. Und jeder Feuerwehrmann weiß, auch wenn ein Feuer scheinbar erloschen ist, kann es in der Asche doch noch eine ordentliche Glut geben, die jederzeit einen neuen Brand entfachen kann. Traditionelle Dinge müssen nicht unbedingt schlecht sein, nur weil sie alt sind. Moderne Projekte müssen nicht unbedingt gut sein, weil sie neu sind. Im Prinzip kann man jedes Projekt, jeden Neuanfang mit dem Anzünden eines Feuers vergleichen. Eine neue Gruppe in der Gemeinde, eine Familiengründung, ein neues Schuljahr, ein neuer Job, ein privates Projekt. Man braucht zuerst Brennmaterial, eine gute Idee, ein Konzept, Leidenschaft, Fleiß, das richtige Wort zur richtigen Zeit. Oft sind es die ersten Wochen, die entscheiden, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Wie beim Feuer, das in den ersten Minuten doch immer noch leicht ausgehen kann. Wenn das Feuer dann brennt, dann muss man stetig nachlegen. Legt man zu wenig nach, erlischt es irgendwann. Wenn man zu viel draufpackt, kann es auch ersticken. Wir müssen auch wissen, wie viel Energie wir in ein Projekt stecken. Übertreiben wir es am Anfang, dann kann es sein, dass wir andere überfordern, dass wir zu Nerven beginnen oder dass unsere Energie auch nicht ausreichen wird. Kümmern wir uns zu wenig, kann sich das Projekt auch schnell im Sand verlaufen. Ist man zu ehrgeizig, zu egoistisch, zu gierig, ist das wie nasses Holz im Feuer. Das brennt schon irgendwie, aber es raucht und stinkt fürchterlich. Aber das Wichtigste ist, wir können alles perfekt vorbereiten, uns mit viel Liebe kümmern, voll dabei sein. Manchmal wird es einfach trotzdem nichts. Und andersrum, manchmal entzünden sich Feuer, wo wir sagen, das hätte niemals angehen dürfen. Ich denke zurück an unsere Kanufahrt in Schweden. Noch nie in meinem Leben war ich so abhängig davon, dass ein Feuer angeht. Wir hatten noch zwei Streichhölzer. Ein Windstoß, eine falsche Bewegung, ein bisschen Pech und wir hätten die ganze Nacht furchtbar gefroren. Wir haben unser Bestes getan, aber ob das Feuer dann wirklich angeht, das lag nicht mehr in unserer Hand. Wir hatten noch zwei Streichhölzer und dann haben wir es eben riskiert. Hätten wir es nicht versucht, hätten wir von Anfang an gesagt, ach, das wird sowieso nichts mehr, dann hätten wir sicher kein Feuer gehabt. Bei all dem, was wir in unserem Leben beginnen, sollten wir nicht vergessen, wir können uns noch so gut vorbereiten, ob es klappt oder nicht, haben wir schlussendlich selbst nicht in der Hand. Aber an Pfingsten gibt uns Gott seinen Geist, seine Schaffenskraft, seine Energie, seine Motivation, seinen Willen, Dinge zu verändern. Dieses unglaublich mächtige Geschenk tragen wir in uns. Es wäre eine riesige Verschwendung, die Hände in den Schoß zu falten und zu sagen, ach, wird ja sowieso nichts. Mit Gottes Geist an unserer Seite kann uns alles gelingen. Dieses Feuer Gottes will ich heute mitnehmen und selbst für andere Feuer sein. Amen. atlantäht. Der war steht in den Schoß,